Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute machen wir mal was ähnliches wie Saltenbocker. Wir haben Schweinefilet, wickeln Speck drum zu und in dem Speck vorher packen wir Salbei. Ganz lecker. Lass uns anfangen. So, als erstes salze ich einmal unser Schweinefilet. Dann mache ich das gleiche mit Pfeffer. Ihr müsst nicht unbedingt geizig damit sein. Jetzt würde ich das einwickeln wollen, aber dafür schneide ich mir das Schweinefilet in Stücke. Nicht zu groß nehmen, das dauert sonst in der Pfanne oder auf dem Grill zu lange. Jetzt mache ich mir die Spieße soweit fertig, dass ich die gleich benutzen kann. Und jetzt wickele ich die Salbeiblätter mit ein, weil die sind das Wichtigste hier dran. Ist ein bisschen schüttelüt. So, jetzt versuche ich euch das mal richtig schön zu zeigen, wie man das schön zusammenwickeln kann. Das Salbeiblatt, das Schweinefilet und jetzt immer ein Salbeiblatt da schön drum zu und dann mit dem Speck einwickeln. Seid nicht zu knauderig mit dem Salbei. Es ist eingewickelt. Jetzt stecke ich es fest und fertig. So, das Salbeiblatt, das Schweinefilet, der Schinken und ein bisschen groß, ja, so. Schön aufwickeln. Verstecken. Fertig. Nächste Runde. Und jetzt werden wir das Ganze mal anbraten. Ich habe hier in der Pfanne ein Klöckchen Butter genommen und sobald das ein bisschen brutzelt, na, kommt noch runter. So, und wie ihr seht, immer wieder das gleiche Spielen. Ich habe nicht so viel Lust aufzuräumen und sauber zu machen. Die Zaltung ist einfach weg zwischenmessen. Jetzt habe ich die einfach nur reingelegt, ein bisschen in die Butter geschwenkt. Und jetzt merkt man langsam, dass es warm wird. So, jetzt holen wir die Fleischstücke raus. Jetzt packe ich noch wieder ein bisschen Butter dazu. Sobald die Butter sich aufgelöst hat, packe ich das Salbei mit rein, frittiere das ein bisschen und habe dadurch gleich eine richtig schöne Marinade, Soße, wie auch immer wieder schimpfen wollen. Ich lege jetzt eine schöne Soße fürs Fleisch. Die kann man schnell drüber tun. Die schmeckt schön nach Salbei. Und man hat ein bisschen was davon. Man kann das mit Nudeln, man kann es mit allen machen und wie gesagt auch gerne auf den Grill. Und das würde ich da jetzt rüber geben. Da habt ihr sie. Sie sind so lecker, bietet sie euren Gästen an. Das ist der Hammer. Ihr werdet es merken, wenn sie es probieren. Sie werden euch lieben dafür. Geht uns einen Daumen hoch. Sagt Bescheid, wenn es euch geschmeckt hat. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Wir reden gerne mit euch darüber. Schickt uns Bilder, wenn ihr es gemacht habt. Bis dann. Danke. Mann, Hadi, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Ach, dieses scheiß Olivenöl ist mir über das Blatt gelaufen. Immer passiert was. Nie geht das vernünftig vonstatten hier bei dir. Ich hoffe, du... Ich bin ja so aufgeregt. Ich hoffe, du weißt noch, wie das Rezept ging. Du, wir werden sehen, ob es schmeckt hinterher. Aber ich bin mir ganz sicher. Mal sehen. Tschau. Tschüss. Tschau.